Ja Zombies Wer eine Wand aus Gravill Jo Ah hier ist Eisen was Werds mal nicht so weit weg Hier gerade noch was hier geschehen sammeln Was bist du denn? Ein Kombi mit Rüstung Alter Du bist hinter uns gewesen Ich hab's genau gehört Warte ich muss mal grad diesen Diesen Deathpoint ausschalten Gott Wo kamst du denn her? Aber ich lebe noch So mein Todespunkt Und hier ist verdammt hier Eisen Also mach was du willst Ich sammle erstmal schnell hier Eisen ein Ist ja herrlich Ja nimm du das Eisen Ich nehm den Zombie Und so entwickelt sich der Abend mal wieder Zu einem Minecraft Abend Ja Noch ein Zombie Komm her Ach wer braucht schon Diavolo Weißt du wie man Schienen abbaut Achtung fertig Hups Ich dachte jetzt kommt ein Bumm Aber okay Gut Ein Bumm Können wir auch so Boah ich krieg die Schienen nicht vernünftig abgebaut Die Spitzhacke ist einfach zu stark dafür So aber mit Kohle kann ich euch gleich zuschmeißen glaube ich Ja da habe ich auch gerade schön abgebaut Ja da habe ich auch gerade schön abgebaut Ja ich Vor allem mit der Spitzhacke kriegst du ja mehr raus als diese eine So jetzt muss ich erst mal gucken So wollen wir uns in eine Richtung bewegen Ja meine Güte Wo seid ihr denn eigentlich Okay ich habe jetzt gerade Unmengen an Kohle Also ich bin jetzt gerade da wo du gestorben bist Gut dann gehen wir da nochmal hin Ich habe jetzt den Punkt gelöscht Den werde ich jetzt kaum finden Moment Moment Sorry Äh ja das war auch hier noch mehr Hier irgendwo Ich wundere mich bin gerade ein paar Ebenen Genau hier haben wir eben Sehen Hier muss die ganze Kohle liegen Wir haben genug Das ist wohl wahr Das ist wohl wahr Ja er bringt Erfahrung Ja Erfahrung Da ist deine Erfahrung Ja jetzt sehe ich euch beide Ich war zu tief drin Es hat mich nicht gehört Okay das klang auch sehr pervers Okay das klang auch sehr pervers Kannst du bitte damit aufhören Wenn ich gucken kleine Kinder sich das an Was Stimmt Kleine Ja Nein meine Zuschauer sind doch keine kleinen Kinder Mensch Kann doch gar nicht sein Wenn es Alter 16 Ja genau Ja genau Du kannst Du kannst Ja genau Das wie hier Gewalt verherrlicht Bitte melden sie sich bei Youtube ein und feststellen dass die 8 sind So jetzt kommen wir weiter Von mir aus Weißt du was ich lieb meine Spitzhacke Wahnsinn Da hab ich dir bei So was ist denn hier unten Oh ja das sieht schön aus Ich sehe Tom wie ich Ist mir egal ich nehme jetzt erstmal das Eisen Kommtloser 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 Ja ja Bei mir kriegt er eine Rüstung Oh da oben geht es sogar weiter Na super Oh yeah Ha Atenzione Monsieur Ja Ja Ich hab's zwischen gehört Da ist der Nächste Auf ihn Okay ich hab Ach du Schande Help 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 Ah Fuck Puh Meinen hab ich erwischt Ich hab's doch geahnt Meinen hab ich erwischt Hab's geahnt Verdammt nochmal Da sind Da sind zwei Stück auch noch Oh meine Axt ist hinüber Aber ich glaube die Axt werde ich nicht mehr brauchen Ach du Schande Ist überhaupt noch zurück Jetzt wird's interessant Alter Wo seid ihr Kannst du dir sagen dass hier zwei Enderman Drei Zombies und Skelette drinnen rumhocken Ähm Ja hätte ich sagen können Ich war jetzt mit dem Der Enderman greift mich grad an Oh Halt Wo bist du Ich muss mich grad mit Enderpölen wehren Cool Hä mit Enderpölen Ah Ich bin aber gerade Endlich tot Hab ihn Hab ihn Geht mir mal irgendeine Position Nee Ich bin ganz woanders Ach da unten seh ich dich Ich hab mich grad von der Schaufel Oh fuck Aber den Fakern hab ich gerettet Wurde jetzt gerade von einem Creeper die Schlucht runtergeknallt Ich buddel mich mal zu euch runter hier Kann irgendwie nicht alles einsammeln Hauptsache wir uns das Eisen mitgenommen Das war so knapp ein Stack Aber war wieder so klar sie sterbe Ich weiss Gold und ich kann nichts abbauen Ich geh krach Also Gold und Eisen ist wichtig Äh Vielleicht ein bisschen die Rüstung aber sonst Ich bin mal irgendwie an der Position Ey hier ist Gold ohne Ende Ich hab hier nichts bei Ich bräuchte mal irgendwie eine Richtung Damit ich weiß wo ich hinlaufen muss So also ich hab jetzt erstmal hier den Weg gebuddelt Ja ok Ich glaube hier waren wir Hier haben wir äh Boah ich fahr auch nicht grad Das ist sowieso Boah Wer ist denn hier kaputt gegangen? Ich Achso Ich wollte jetzt da schon reinlaufen Was hab ich Ich hab ne Hose auf Ach ne ich hab auch ja Hose Hose Gib mir mal Gib mir mal Koordinaten Also warte ich nehm jetzt deine Hose Ich mach dir gleich ne neue Koordinaten Minus 608 und Plus 1219 Minus 608 Pass auf Ich hab ne Kiste dabei Äh Flop Alles reintun Hallo Enderman Der guckt mich an Jetzt rennt er weg Oh ja Wo ist dein Hardener Was machen wir denn jetzt hier? Wo ist... Hä? Oh nein Meine Workbench Ja bei mir ist ja auch alles kaputt gegangen Ich mach mal grad ne neue Workbench Ach Oh der Shader hat zugeschlagen Er macht wieder so Komische Sachen Okay das haben wir gleich Also aufsammeln Zack Schuhe und Zaun Next Was will der Handerman eigentlich? Der Noch mal die Heizkoordinate Hallo Zombie Hallo Zombie Äh welche? Minus 606 und plus 1223 Ja Enderman haste ein bisschen Fleisch Au grad ein Zombie Erdnocktot Wollen wir den zu zweit angreifen? Eric? Ich hab kein Schwert ich hab nur ne Schaufel dabei Oh das ist schlecht Moment dann leuchte ich mal kurz aus Gott Okay hier waren wir Mein Gott Der ist grad in mein Sichtfeld reingesprungen Sonst hat er ja nicht reagiert ey Oh ich hab keine Ne ich hab keine Stickys mehr Da muss ich mir grad welche machen So Ich musste mir noch ein bisschen Holz bei gehabt haben Eric äh schnapp dir das hier mal Oh ich brauch selber irgendwie gleich ein neues Er hatte zwei Schwerter dabei nehmt euch davon was Ja ich hab jetzt nur eins da gesehen Genau eins die Spitzhacke Oh da liegt ne Sind wir etwa schon alle voll? Ja Ja So richtig dicht Okay das heißt Enderperlen könnte ich noch aufnehmen Also ich greif das Ding jetzt erstmal an ja Okay 1 2 1 und Yes Blödes Vieh Da ist die Perle Haha Was ist denn da oben? Da gehts ja weiter Ritzel Britzel Britzel Hier siehst so viel Gold rum Ich könnt gotzen Hm meinst du man kann nur drin schwimmen? Oder ist es ein bisschen warm? Ich glaub das ist ein bisschen warm Warte mal ich hab hier nen Steak Probieren wir das aus Ja ist das zu warm Glatt verbrannt Hm Hier ist auf alle Fälle ein Creeper Explodiert Du fisch jetzt schon mal fest Hier ist auf alle Fälle ein Creeper Explodiert Einmal Dämmel Dämmel Dämmel